so ich glaube da vorne gab es ein problem hoffe nicht dass es da jetzt zusammengefahren sind ja ist nicht gerade ja 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 Ah, die sind nicht zusammengefahren. Die haben eine Schleppstange dran, ist ja klar. Der will den durchziehen hier. Oh, interessant. Auch der L60 zieht das schön weg. Ich glaube, der hat auch einen Rückwärtsgang eingelegt, so wie das aussieht. Der hat noch einen Rückwärtsgang drin. Jetzt hat er ihn rausgenommen. Aber ich würde sagen, ein bisschen festgefahren. Ich glaube, der hat auch einen Rückwärtsgang gelegt. Hey, kannst du mal ein Stück? Danke. 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 Danke.